wofür war eigentlich ich? ach ne, ist schon gut was denn? ne, ist schon gut dieser 1.15 muss man ja knacken, ne? genau scheiße hast du das? kann aber machen wofür muss man das knacken? weiß ich gar nicht mehr für den Holzblock na? gerade so ja du musst alle Tiere mitnehmen je länger die Tiere mitnehmen, desto höheren Schwung bauen die auf ok je schneller wird das ganze Spiel du kannst das ganze, deswegen bin ich auch bei den roten weitergegangen wieder rauskucken kriegst du das? du kannst das? außer du witz speichern was krieg ich nicht? also weißt du es gar nicht? ich witz also witz der das ding holen So, ja, mein Gott. Ich war mal zum Schluss. Na auch. Ist eh egal, wann man das macht, oder? Irgendwann musst du das machen. ja, beim vorletzten, letzten level ist es, dann musst du's machen ja, wie gerade ist ja eigentlich egal wenn du's denn machst duh-we-dup-da-daaa, duh-we-dup-daaa ich werd's nachher auch machen ja komm, die anderen du hast weil wir kommen auf eine idee so ein bananenvogel zu machen sie sehen jetzt nur aus wie eine banane also ist aber nice gemacht und du bist scheiße ich weiß dass sie nicht durchdringen ich mach nix ich schiete die spiel ich schiete die spiel du bist tot was ja naja ich sag nix ich hab mit spring gedrückt aber naja ein bisschen zu spät reagiert der flash ist dumm der flash ist dumm der flash ist so dumm aha stirbt halt nicht außer dass sie jetzt gebracht ich höre dass sie stirbt außer dass du hässlich bist war wohl nix ich weiß nicht mehr wo alles war ja wie kommt man da unten noch nicht nochmal rein wenn alles fertig ist ok ich spiel am detailbult Bläh. Bläh Chode Kopf. Chode Kopf. Bläh, es ist nur ein Chode Kopf. Ach, dann haltst Du den Maul, Menschen, Brüder wie das.. Wer? Ich? ich will das auch nicht mal mitnehmen hier mensch ist fast ja jetzt kommt wieder zurück dieses manche machst gar nicht mehr doch mal runter kommt doch mal runter kommt doch mal runter ja fall doch mal runter controller der wiggelt grad wiggel 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 macht er ich glaube das sind wirklich eingestellt dafür ist so ein einfaches wiggeln wir haben gleich schon wieder 45 minuten na ja und bleiben 35 mit dem dass man controller mit aber nicht mehr ging auch kommen aber wie war das bei donkey kong 64 alle guten dinge sind fünf was habe ich immer gemacht beim fünfmal habe ich geknackt gut ich habe geschnitten nach wahrscheinlich hast du dann immer geschnitten werden das schwarze bild kamen spiel danke dass ich da kein bock mehr zu habe ja ja eben ab und zu ich hatte so lange rumpimmeln musste gleich ist das du 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 Oh ne, wo war das? Was ist das mit Ding oder mit... Ich weiß, das kann nicht mehr. Das darf man nicht so wechseln. Oh, noch Minigame. Wow. Was ich defini... Ja, sammeln Bananen. Wird noch besser mit solchen Dingern. Ja, besonders wenn du das auf den Rädern drauf hast. Auf meiner Seite kannst du jetzt einfach bleiben, das ist schön. Oh, du wechseln doch nicht. So, und jetzt geht's runter. Hey, wie war das klar? Ich weiß auch nicht warum. Der muss hier wirklich mal bei Donkey Kong hier runterstehen. Komm doch, komm mal. Ja. Ach ja. Ah, zu früh. Lass ist dumm... U, du, um. Dum, 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 dum. Dum, dum. Dum, dum, Wink. Ah, ja. Ah, 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 ah. Ah, ha, ha, ha. Ah, ha, ha, ha. Ah, ha. Achja, Fresh hat schon so'n Schaden. Ich glaube, ich will mir bei den Kunden einen Großmembraner. Halt doch gedacht. Ja, hast du. Du hast gesagt, ich weiß. Der Flasch ist so'n alter Schihita. Schiita. Der alte Flasch ist so'n Schiita. Der konzentriert sich. Ja, aus uns weiter. Darf ich doch auch mal? Nein, darfst du nicht, das ist ein Let's Play, man muss quatschen, weißt du? Nee, muss ich nicht. Tschüss. Weißt du doch, das ist ein Let's Play, du musst quatschen. Ja, auf jeden Fall. Mache ich auf jeden Fall. Nein. Hä? Achja. Mit dem Vogel musst du auch noch mal reinkommen, um einen Ballon zu kriegen. Nein. Aber ich bin immer so der Beste, der das Ding schafft. Soll ich es dir sagen? Ja. Achja. 10 Minuten oder so hast du da Fails gebracht. Keine Ahnung. Er ist auch einer der nervigsten Level. Boah ey, fick dich. Depp. Ich hab gar nicht gesehen, wo das fast ist, ne? Soll ich es dir sagen? Nö. Das war nicht mein Handy, was auflädt. Boah, das mit Stemm ist blöd, echt. Darf aber nicht andersrum sein, ne? Weiß. Jetzt kriegst du voll was in den Arsch geschoben. Machst du ruhig. Ist hier oben eigentlich irgendwas? Nö. Bist gut, oder? Sehr. Also es ist hier unten drunter, wenn du es haben willst. Nö. Ich hab's auf dem Wurrück, weil ich dieses Level nicht mag. Das ist die einzige Sache. War nicht, dass die Kettensiegel kommt? Ja, in dem Level. Richtig. Fuck. Das war zu schnell. Nö. Ja, aber wie gesagt, noch nicht in dem hier. Boah. Ja. Es gibt auch noch die Dinger hin und her springen, solche so komische Plattformen. Aber das ist halt ein entspanntes Level. Aha. Ich mag das nicht. Ich glaub, deswegen haben die das auch eingebaut. Was? Was? Das ist fast zum Ziel. Ja. Ich glaub, das mochte niemand. Noch. Ich weiß nicht, ich glaub ich nicht so ne Probleme gab da früher. Das war keine Beben. Ja, das ist ja auch nie schwer, ne. Aber halt. Nervig. Und wenn der Controller meint, einfach mal zur anderen Seite zu lenken. Ja. Das ist aber auch deine Sache. Ach, jetzt im Haul. Fischkopf. Diet ist ja nicht mein Problem. Wollen wir da hoch? Ja, cheaten. Ach so, da ist der Pisser. Hey. Davon zählt er jetzt eins, ne? Ja, und? Ja, ich weiß. Es geht egal. Es wird nachher... Wow. Wie Donkey kommt. Da sind die geilen Plattformen. G. Was heißt das? G. G. Da oben, ne? Ja. Komm, lieber Controller. Möchtest du nicht? Weil ich ein Tick zu weit oben war. Weißt du, warum ich das jetzt hasse? Nö. Mir aber egal. Ganz ehrlich. Springende Spinnen. Ja. Hast du noch ein besseres Level? Ach ne. Haha, geht nicht. Kannst du nicht durchpacken? Kannst du nicht durchpacken? Glaub mir. Ach man, ich weiß nicht. Ja genau. Ich will doch nur in die Mitte reinwerfen. Kannst du sie spielen, ne? Wenn ich das was anderes machen, dann geht das wieder. Nö. Du kannst ja nicht hin. centus centus hast du dich jetzt entschieden welches ein level nachhaben das wäre mir aber sehr lieb wenn ich das wüsste kochowell kommt jetzt kann der kochowell hier friss ein weiß ich nicht was ist das eigentlich oder sind das mangos 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 sind ganz geil es gibt auch gepunktete warum genau da noch eine muss ich lange nach unten nicht kochowell macht das spiel haben sie weniger auf tiere gesetzt ich finde es ganz interessant aber ja genau ich sterbe er war mitnehmen hier auch nicht ach du scheiße ja du scheiße ich weiß gar nichts oder klar aber so frame genau ist das nicht wirklich ne aber du kommst ja nicht gegen die biene gegen eigentlich ja gut ach so dass jetzt ja mein gott finde ich jetzt nicht so schlimm ja da schmeckt ich muss da runter und was die karton in juckt das mich ich brauche nicht immer das leben ich kann mir auch über die ganzen banan das leben holen was du kannst dir so kaufen das dk du bist ja so behindert ist das nicht an und nicht so geschafft das stimmt nein auch warum mein gott kann man doch so als geckst du bist kein gott du bist ein arsch ich bin super gott ich bin super gott nein ich bin super gott noch mal rein nein nein kommen wir trotzdem gleich rein wer sich mit den donkey gongs auskennt und weiß wie man die werfen muss dann klappt das weil ich bin ein profi ich habe gesagt ich bin profi ich habe gesagt ich bin profi hast du nicht gesehen ich war profi ja du bist behindert ich war profi da oben bin ich schon der obst das tut mir aber leid dass er es gleich ist und dann neuer mehr und dann irgendwann mache ich scheiße irgendwann stürzt ein ab und das bin den meisten ähnlich gut du kennst auch nicht alle donkey kong teile das stimmt gut er hat man kann das ja gar nicht hatte ich habe ein kindheitsvorteil ja weil ich da habe ich auch die teile gehabt ich war damals schon geschädigt durch video spiele ja du vielleicht war das genau wie das das eine war nicht ich war das ist ein cool kopf namens flashes kopf was ich noch mal eben dadurch bekommen aber wenn man es einmal hat dann sollte man es auch haben naja egal leben soll das noch mal dass die die fester sind die besten gelegten fest alle zeiten ja da habe ich dich ja wieder ja und da muss auch durch ja was ist wenn ich heute nicht richtig geht es weiter ich würde die gerne vor oben dank das ziel glauben dass sie ja geht da oben dann das sind oben war glaube ich noch ein bonus level wenn du durchflicks bonus level dann leben das halt ja habe die 15 bananen wie gut ich zu dir bin hat er weiter die eichhurt in den poppuss geworfen ja eine poppuss ich habe auch kein bock ist das aber ein nicht ich mache kein 100 prozent waren erst noch rekord von mir ich bin so wie ich konnte was denn machen wir so stark der machen lassen das pause gedrückt denn das ausgeflogen ich spreche nein der ist ausgeflogen müssen wir spielen er glaube ich diskonnect ich mal kurz und hat nachdem ich sie wieder in der